Die kleinen Köfferschirn, die du dann aufgemacht hast, wo dann einfach so ein komplettes Haus drin war, muss man sagen, es war kompakter als dieses ganze Barbie-Zusatz gedöhnt und war nicht ganz so kommerziell. Lolli, Lolli! Der hat sich rumgedreht, dieser Lümmel. Die halbwegs so, die war immer so, die war schon so, also Polly Pocket war, das musst du die Macher des Spiels fragen, aber Justin ganz ehrlich, I don't ask, I don't ask anything about in this game, I have, better is you have no questions, just take it. Nimm's einfach, wie's ist. Alles andere macht dich, glaube ich, geistig mehr kaputt. Ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, warum ich da gerade dran denken musste. Und dieses Babyborn, war auch, kannte ich eigentlich auch. Ganz genau das, hinterfrage in diesem Spiel nichts. Ähm, warum kann ich hier LT drücken? Haha, Froschweg. Haha, bitte nicht. Please, no. Please. Ich will da nicht rein. Da stinkt, sag Babykacka. Wer mit dem Teufel ist, braucht einen sehr langen Löffel. Das weiß jeder. Und was ist mit langen Lümmel? Das ist so genau. Das ist... Oh, ich bin mal gespannt, ob ich da Ärger kriege, wenn ich das auf YouTube hochlade. Ähm, ja, ich benutze ja, wie gesagt, ähm, ähm, ja, OBS aktuell, weil halt anderser geht's nicht. Und, ähm, Sakura. Ich hab im letzten Part von Hellblade Senua Sacrifice gesagt, ähm, original, kann der Justin hier bestätigen, oder ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, ähm, die Powerfrau Senua ist mir als Weibchen oder als Dame viel lieber als sämtliche Trullen von Germany's Next Topmodel. Und es ist einfach so, also, wenn du mal bedenkst, was die Senua da so abzieht, um ihren Liebsten zu rappen. Ich hörte, Selbstständigkeit sei eine Tugend. Jetzt hast du's auch gehört. Ich hab gehört, Selbstständigkeit sei eine Tugend. Jetzt hast du's auch gehört. Geil. Ähm, auf jeden Fall. Was mir bei Twitch halt super gefällt ist, dass du die Streams nicht von vornherein mit irgendwelchen Daumen nach unten betiteln kannst und irgendwelche Trottel da hast, die dich einfach nur haten wollen und sonst nichts zu tun haben und so weiter und so fort. Ähm, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die sind mir, die Mädels hier, die Alice oder die sind nur, auch wenn die jetzt nicht so hübsch sind, die sind schon anselig, aber jetzt nicht unbedingt hier eine Granate. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die sind mir deutlich lieber als, was weiß ich, drei Heidi Klumps auf einmal. So, sowieso. Ähm. Klar, natürlich. Es sind nur ich im Dream Team rücken an rücken mit einem Schwert in der Hand feuerfrei. Und hinten hast du dann noch die Alice, die mit einer Pfeffermühle um sich ballert. Ah, ich werde euch alle vernichten. Und wenn's irgendwas im Weg ist, dann macht's einfach mit der Teekanne hier weiter. Die backt uns bestimmt auch einen Kuchen. Obwohl ich ja so, ich muss ja auch sagen, so ein bisschen mag ich ja schon das Traditionelle. Also so, wie gesagt, so ein Röckchen, eine ganz liebe Dame. Und, ja, ich hab einen Kuchen gemacht und Kaffee und Tee und eigentlich ganz schön. Ein bisschen gemütlich, muss man sagen. Auch wenn jetzt die Leute für mich sagen, oh, mhm, Graf, voll der, voll der Waschlappen, ey. Steht nicht auf, äh, äh, was ist denn das für ein Kind, ey? Hat man dich zu hart genagelt? Ho, 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 ho. Das ist, nee, wirklich so Sachen, gefallen mir schon. Also jetzt nicht alleine, aber so so, Kaffee und Kuchen mit so einer, bei so einer netten Dame, die dann auch schönes Gleitchen drüben. Ein bisschen 30, so amerikanisch-konservativ, so ein bisschen, könnte man sagen. Und, ja, ja, würde mir gefallen. Jetzt nicht so diese Weltanschauung da, so nach dem Motto, so nach dem Motto, ja, hier, Frau in die Küche, ne, überhaupt nicht, wird wahrscheinlich, die Beweise sind erdrückend. Jedes Geschöpf hat eine Aufgabe. Es ist meine geheiligte Pflicht, jeden jungen Menschen seiner Bestimmung zuzuführen, sei sie nützlich oder nicht. Verstehe deine Geschichte, deine Mythologie. Jetzt nicht so diese Einstellung, so Frau in die Küche, Männer nicht. So ein bisschen traditionell habe ich es ja schon ganz gerne, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, in der Küche, sieht man mir zwar jetzt nicht so an, aber ich glaube, in der Küche, würde ich meiner Frau, Frau oder Freundin, später je nachdem, oh, hier ist wieder Polly Puppet, ähm, echt was vormachen. Und es ist in Ordnung. Ja. Aber so vom Kleidungsstil her mag ich es schon so ein bisschen konservatisch. Also lass das an. So. Ja, das stimmt. Zu viel Kuchen. Zu viel Erdbeerkuchen. Sieht eh aus wie die Strawberry Cake. Habe ich nie gesehen, kenne ich auch nur aus Drawed Together, was nicht cool ist. mal. Alter, dieses Puppenhaus. So, ich will da nur hoch, um die Zähne zu kriegen. Hast du, äh, Sakura, kurze Frage, hast du eigentlich die Linksbumpen schon gesehen? die, 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 die Endstreins für Alice Madness Returns. Muss ich hier auch mal ein bisschen mit einweihen. Ich baue ja jetzt mittlerweile bei manchen Spielen so ein bisschen Endscreens rein. Können wir gleich noch mal reingucken. Beim letzten Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider Stream, habe ich mir selbst eingebastelt, ohne jetzt irgendwie mir die Erlaubnis für irgendwelche Trailers oder so zu holen. Aber die Alice-Dinger, die sind schon gruselig. Justin hat, glaube ich, gesagt, dass er davon Albträume kriegt. Wie komme ich denn da hoch? Hier. Hier gibt es doch irgendwo noch eine Schweineschnauze. Ich höre es doch. Ich frage es, wo? Jetzt kann ich nicht zurück. Da irgendwo. Du hast gesagt, die sind gruselig. Oder einer von euch. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Vor allem bei dem einen, wo man in den Mund von der Alice reinrennt und die einfach alle Zähne verliert. Ich will diese Kackfläsche haben. Diese Schweineschnauze. Ich weiß, dass da eine ist. Die Frage ist nur, wo? So, und nun bin ich hier oben. Ganz toll. Da war doch eine Schweineschnauze. Könnt mir ja sagen, was er wollt. Ich will zu dieser Schnauze hin. Okay. Das ist... Och, Alice! Mädchen. Dann war das diese Sakura. Irgendeiner hat gesagt, da kriege ich Albträume bei den Dingern. Auch wenn die gefeiert wurden. Ich weiß nicht genau, wer... Dann war das... Dann warst du da, Sakura. Hast du die schon gesehen, Justin? Das Krasse ist, ich habe vier fucking Stück. Vier Stück. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier gibt es irgendwo eine Schweineschnauze. Da muss es irgendwo hingehen. Entweder habe ich sie vergessen und verkackt. Oder... Da geht es noch hin. Ich komme da eh nicht von da dran. So, und jetzt hier hoch. Und da durch. Alter! Man kann es übertreiben. Wow! Wow! Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Bruder. Oh, geil. Ich finde es cool, aber die geht ja so... Ach, voll in den Arsch! Was? What? Ouh! Au! Sorry, da muss ich mich jetzt konzentrieren. Ähm... Ja, ganz genau. Das Spiel ist aber 18. Warum fragst du? Warte mal, kann ich da irgendwie... Kann das Spiel damit umgehen? Ja, kann es. So, Endscreens. Ich zeige euch das mal. Now, focus. Where are you? Ich bin trapped in mein Leben. Komm jetzt, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist nicht ein Traum, es ist eine Erinnerung. Meine Wunderland ist schattet. Gehen wirklich alle nur relativ kurz. 30 bis 50 Sekunden. Darauf achte ich jetzt, dass die nicht länger gehen. Jetzt ist es Zeit, deine Bladen zu arbeiten zu lassen. El Nr. Uno. Schon ein sau alter Spiel. Shadow of the Tomb Raider. Soviel zum Thema Powerfrauen. Sakuras Stalker. Sakura kommt aus dem Wasser, weil sie genug hat. Und... Sakura kommt aus dem Wasser, weil sie genug hat. Das war Shadow of the Tomb Raider. Alice Madness Returns, Nr. 2. Mother? Was hast du getan? Nr. 2. Das ist ein Relativ. Nr. 3. Nr. 3. Nr. 3. Oh, Mann. 3, 2, 1 Alice Tell me of your wonderland Alice What have you done? Der war leicht eklig. Ich glaube, der war das. Jo, ansonsten Alice Madness Returns wird natürlich auch in kleinen Parts kommen. Hier, Stream zum LP da bin ich jetzt bei 9 Die sind alle Entschuldigung Nee, warum stoppen? Wie lange geht das denn? Ich will doch nur gucken, wie lange das geht, du Lümmel Am schneiden sind diese kurzen Entschuldigung Ja, die sind alle so 40 Minuten lang, ich glaube wirklich alle Oder Ja, ich habe da drauf geachtet. Das Problem ist, beim Schneiden gibt es halt so ein paar Probleme, deswegen diese kurzen Dingsbums Das war halt im Stream Also wie gesagt, Alice Madness Returns da sind wir jetzt schon bei 9 Parts, da habe ich die Streams einfach in 9 Parts rausgehauen bis jetzt Bei Shadow of the Tomb Raider sind wir weiter Und Da haben wir Habe ich jetzt schon 34 Parts reingehauen Beziehungsweise den muss ich noch verarbeiten Weil der nur 8 Minuten lang ist Ansonsten sind die Dinge alle so 30 Minuten 30 Minuten 30 Minuten Von daher Muss ich halt mal gucken Ob ich diese Dinge auch einfach Nehmen kann Und kann Ob ich die mit Entweder mit Avidemox Wie heißt es, ob ich die mit Avidemox Zusammensetzen kann Wäre super Wenn ich die allerdings mit Dem Movie Maker Zusammenhauen muss Dann wird es ein bisschen gruselig So, ich will jetzt aber noch mal ganz kurz Baby machen Und dann machen wir hier weiter Ich wollte euch das nur mal zeigen Was dann so als Let's Play Demnächst zukommt Stimmt Das haben wir ja auch noch Da war ja noch was Vielleicht mache ich das die Woche mal Verrate Ja Ja Vielen Dank. Vielen Dank. So, ja, muss ich mal gucken. Gibt es da eigentlich noch was? Ich muss mal gucken. Vampire's Dawn. Nee, Vampire's Dawn ist oben, ne? 25, danke schön. Müsste oben sein, ne? So, ähm, ja, da muss ich nochmal nachgucken. Dass ich da weiterspiele. Äh, brrrr, wo muss ich jetzt lang? Warte mal, hier hab ich gekämpft. Von da kam ich. Hahaha, geil. Okay, die Schweinsnase war cool platziert. Hat mir gefallen. So, auf der, auf der Babynase. Machen wir hier erstmal weiter. Du bist keine Katze, meine Liebe. Du hast nur dieses eine Leben. Sei bitte vorsichtiger mit dem Schnitzmesser. Ach, das passt schon. Ähm, auf jeden Fall mach ich... Ja, ich hatte eigentlich jetzt mittlerweile wieder Zeit dazu. Ähm, ich hab ja Head in Time beendet. Ich hab Hellblade... Dr. Wilson lässt sich nicht zum Nachden halten, Hannes. Die Disziplin muss aufrechterhalten werden. Reinlichkeit ist zweitrangig. Was immer du dir unter elektrischem Strom vorgestellt hast, ist nur die halbe Wahrheit. Er kann ein überzeugender Lehrer sein. Streng, gewissenhaft fordernd. What? Mh, lecker. Ähm, jo, ich hätte ja jetzt eigentlich wieder Zeit, Vampires Dawn weiterzumachen. Das Einzige, was ich halt noch machen muss, ist, ähm... Kingdoms of Amalur. Ich weiß nicht, wer von euch das guckt. So viele Aufrufe kriegt das ja nicht. Von daher weiß ich das selbst grad gar nicht. Ich muss nach oben. Mhm. Aber trotzdem möchte ich hier die Kulturen noch gleich machen. Ähm, ja. Da habe ich jetzt auch schon wieder aufgenommen. Kingdoms of Amalur, zwei Parts. Aber auch nur, weil ich aus irgendeinem Grund einfach keine Lust hatte. Das ist irgendwie gerade so ein bisschen das Problem. Ähm, deswegen bin ich sehr, 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 sehr froh, dass ich sehr viel, ähm... vorproduziert habe. Ähm... Ja, wie soll ich das sagen? What? Das wirklich Gesuchte wird meist gefunden, wenn es denn findbar ist. Alles klar, Grinsekatze. Ähm... Ja, da habe ich jetzt bis Part 25 durchgebohnert. Ähm... Aber aktuell bin ich halt auf der einen Seite ganz froh, dass ich so viel... vorproduziert habe. Ich lege einfach da dran. Dass ich aktuell recht wenig Lust auf Zocken habe. Insgesamt. Also, du wirst lachen. Ich habe vielleicht diese Woche... kaum gespielt. Wirklich kaum. Aber das heißt kaum. Ich habe wirklich nur... vielleicht eins, zwei... Dingsbums aufgenommen. Warte mal, hier oben ist doch eine Schweinsnase. Ich will Alice nicht unter den Rock hocken. Das hat die Alice nicht nötig. Und ich auch nicht. Ich will nur diese Schweinsnase finden. Ei! Autsch! Nee, ich glaube nicht. Das ist irgendwie so... Die macht ja nichts. Erstens macht sie nichts. Und ich glaube, die Katze, die kann ich nicht einfach killen. Das geht nicht. Ähm... Ja... Aber an sich würde theoretisch da nichts dagegen sprechen. Bei... Um das weiterzumachen... Alter... So... Hier muss noch irgendwo eine Schweinsschnauze sein. Nee. What? Alles klar. Und ja... Stimmt. Mir gefällt euch Amalur eigentlich. Ist das soweit in Ordnung? Oder sagt ihr so... Ja, pff... Nee, das Spiel ist totaler Bockmist. Ist natürlich auch in Ordnung, wenn ihr das so seht. Also mir gefällt das Spiel halt eigentlich sehr. Also Amalur mag ich halt. Ist schön, ne? Ist jetzt grafisch jetzt nicht so... Nicht so extrem übertrieben. Ähm... Aber... Das kann man so... Nehmen. Finde ich. So, wir müssen also jetzt... Wieder so ein Mosaik-Puzzle machen. Und irgendwelche Sachen finden. Okay. Okay. Das ist nur ein Mosikal. Ah, die Kleinen sind also verschwunden. Super. Ähm, auf jeden Fall. Nein. Ja, King of the Warmblust auch schön, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig fesselt mich das Spiel noch nicht. Also nicht mehr. Ähm, ich weiß nur nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, so irgendwie dieses Jahr bin ich noch nicht so richtig in die Gamerlaune gekommen, dass ich sage, jo, jetzt habe ich nochmal richtig Bock. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich mir leider viele Spiele durch das Team kaputt gemacht habe. Gerade auch Shadow of the Tomb Raider zum Beispiel. Ähm, Hellblade habe ich ja jetzt als langes Let's Play gemacht. Da habe ich es zum ersten Mal gefühlt. Also wirklich für mein eigenes Gefühl in meinem Leben richtig gemacht. Ähm, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme es auf. Ähm, mir macht das Spaß und ich ziehe es einfach durch. Ähm, größtenteils einfach nur ohne jetzt... Wie heißt, ohne jetzt von irgendwem mir, ähm, vorschreiben zu lassen, das müsst ihr ja so machen oder so oder was weiß ich, darf es nur am Wochenende streamen, weil das Spiel hat mir echt so gefallen. Habe ich einfach durchgezogen, aber bei Shadow of the Tomb Raider zum Beispiel, ich habe das Spiel geliebt, dann habe ich mir gedacht, jo, du könntest es eigentlich auch streamen und dann habe ich gemerkt, ja, hm, das nur im Stream reinzusetzen ist doof. Und ja, da muss ich halt sagen, ja, das ist dann halt blöd, ne? Ich hoffe, ihr findet das bei... W-w-w-w- Holly Poops Püppchen. Alter, was ist denn das für eine, ey? Käpt'n Tsubasa's Superkicker, kleine, kleine Superkicker-Schwester. Alter, was geht denn mit denen ab, ey, so wie ich ziehe Bomben oder was? Fokus. Where are you? I'm trapped in my past. Come now, Alice. It's only a dream. It's not a dream, it's a memory. Oh, my wonderland's shattered. Now it's time to put your blade to work. Will those be based on your dream? Don't you trust me?